Hallo liebe Schwelma-Fans! Am Wochenende geht's nach Herfurt. Wir hoffen wie immer auf zahlreiche Unterstützung von euch. Es ist nur anderthalb Stunden Fahrt, also nicht allzu weit. Herfurt ist definitiv eine Mannschaft, die wir nicht unterschätzen dürfen. Sehr unberechenbar, gutes Rebounding-Team, aber dennoch definitiv schlagbar. Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung. Sehr cool, wenn ihr alle kommt. Auf geht's Schwelma! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!